Hallo Freunde, ich bin Mike und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Musik sortiere oder wie man das überhaupt machen kann. Ich habe einen Weg gefunden, der für mich als mobiler DJ wirklich hervorragend geeignet ist. Dafür nehme ich euch mit an die Anfänge meiner DJ-Tätigkeit. Damals habe ich noch mit CD gearbeitet und da habe ich mir dieses Sortiersystem schon einfallen lassen, was ich bis heute verwende. Viel Spaß! Ja Freunde, das Thema dieses Videos, wie sortiert man als DJ seine Musik? Ich zeige dir mal meine Variation, wie ich das gelöst habe. Wenn du Club-DJ bist, ist diese Variante vielleicht nicht die beste Möglichkeit, weil es da andere gute Variationen gibt, die du verwenden kannst. Darüber nehme ich aber gerne oder darauf gehe ich gerne nochmal am Ende des Videos drauf ein und zeige dir zwei, drei andere Möglichkeiten, die du als Club-DJ benutzen kannst. Ich als DJ bin hauptsächlich für Privat- und Firmenfeiern tätig, das heißt ich spiele Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern. Und da brauche ich ein Sortiersystem, was ein bisschen anders da ist, als wenn du im Club arbeitest. Und diese Variation, die ich verwende, die zeige ich dir jetzt mal. Meine Sortierung, die begann, als wir DJs noch mit CDs gearbeitet haben. Wir haben Koffer dabei gehabt, randvoll mit diesen CDs. Andere DJs, die zum Beispiel mit Vinyl aufgelegt haben, die hatten Taschen voll dabei, randvoll mit Vinyls. Und bei mir in meinen Koffern, da befanden sich wirklich alle Arten von Musik. Da waren die ganzen Bravo-Hits drin, da waren sämtliche Hits der Hit-Giganten-Sampler drin oder auch der Party-Power-Packs, wenn du die zum Beispiel noch kennst. Da waren auch unzählige Best-of-Alben verschiedener Künstler mit dabei und natürlich auch zig aktuelle Alben. Dadurch kam jede Menge zusammen und die CD-Koffer wurden nicht nur größer, die wurden vor allem auch mehr und sie wurden auch viel, viel schwerer. Bis sie im Club oder auf einer Feier so viel Platz einnahmen, dass es einerseits wirklich nicht mehr schön aussah und man andererseits an der Menge an CDs irgendwann wirklich nicht mehr wusste, auf welcher dieser unzähligen CDs ist jetzt zum Beispiel aber Stancing Queen drauf. Gerade wenn man zum Beispiel auf seinem CD-Player nur noch 30 Sekunden Rechtszeit am Laufen hatte und jetzt nicht genau wusste, verdammt, wo ist denn jetzt dieses Stancing Queen, was ich zum Beispiel gerade suche. Also musste ein Sortiersystem her und nun fing es an. Ich sortierte damals meine ganzen CDs, zum Beispiel einen Koffer machte ich randvoll mit Musik der 70er, der 80er und der 90er. In einem anderen Koffer landeten wiederum Hip-Hop, House-Music und die ganze aktuelle Musik. Und ein anderer Koffer, der füllte sich randvoll mit dem, was deutsch ist. Das heißt Faschen, Karneval, Ballermann, Schlager, NdW und 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 und. Und doch da taten sich dann bei mir wirklich so die ersten Probleme auf, weil als ich zum Beispiel so eine Bravo-Hitze oder so einen Hit-Giganten-Sampler in der Hand hatte und auf diesem Album ja Musik aus allen Richtungen drauf ist und da wusste ich nicht genau, in welchen dieser Koffer tat ich denn jetzt überhaupt dieses Album rein? Wo gehört dieses System her? Und da machte ich mir wirklich einen Kopf drüber und verwarf das Ganze wieder, weil da musste wirklich eine andere Lösung her. Das war nicht das, nach dem ich wirklich suchte. Ja, als ich mir meine Alben und Sampler dann so ansah, stellte ich schnell fest, ey, von so einem Sampler, da spiele ich vielleicht gerade mal zwei oder drei interessante Titel für, obwohl da 24 mindestens drauf sind. Selbst auf Künstleralben sind meistens nicht mal 10% überhaupt brauchbar für uns DJs. Also dachte ich mir, wieso lege ich mir nicht nur diese Hits in meinen Koffer rein, die ich auch wirklich tatsächlich spiele oder auch die, die nur interessant sind. Und genau das tat ich dann auch und knallte mir mein Archiv wirklich nicht mit sinnlosen oder drittklassigen Hits voll. Und viel wichtiger, ich lief später auch keine Gefahr, diese sinnlosen Hits auch überhaupt zu spielen. Sondern ich konnte mich wirklich auf die Hits beschränken, die jeder kennt und bei denen auch immer getanzt wird. Und genau so tat ich das dann auch. Ich nahm jede meiner CDs in die Hand, digitalisierte sie am Computer und sortierte dann die Songs in einzelne Kategorien mit ein. Dabei beschränkte ich mich aber auch wirklich nur auf die Hits, die ich bisher immer auf Feiern gespielt habe oder von denen ich auch wirklich wusste, hey, ich kenne diesen Song, der ist relevant für mich und für meinen Archiv und für die Feiern, auf denen ich spiele. Und das ist übrigens auch keine Arbeit, die man von heute auf morgen macht. Ich habe da nächtelang, wirklich wochenlang dran gesessen, jede einzelne meiner CDs und Sampler durchgehört, jeden einzelnen Titel, um überhaupt mal zu bewerten, ist der relevant, passt der, kenne ich den, habe ich den jemals schon mal gespielt auf irgendeiner der Feiern. Und als ich dann nach wochenlanger Arbeit sämtliche Titel in meinem Archiv hatte, brannte ich mir von diesem Archiv dann eigene CDs runter und zwar aus diesen Kategorien und mit nur und wirklich nur diesen Top-Hits drauf. Er stellte dazu noch ein eigenes Kaffer, besorgte mir noch so spezielle Slim-Case-Hüllen, um platzsparender in meinem CD-Koffer zu arbeiten. Übrigens, ich besitze diese Koffer noch und die möchte ich euch mal zeigen und dieses Archiv. Deswegen schwenken wir jetzt mal mit der Kamera um und ich nehme euch mal mit in meinen alten CD-Koffer. Ja Freunde, meine alten CD-Koffer, die möchte ich euch jetzt hier einmal zeigen. Ich habe sie hier einmal aufgebaut und da sind auch meine Slim-Hüllen drin und da ist auch schon diese Sortierung drin, über die ich eben gesprochen habe. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen hier einmal mit rein und ihr seht schon, wenn wir hier einmal drüber gucken, hier befinde ich zum Beispiel einen Bereich, der nennt sich 80er Dance Classics. Da ist sogar oben das einmal mit drauf geschrieben und das sind ganz kleine Slim-Hüllen und auf die habe ich dann meine ganzen Titel mit drauf geschrieben. Und das geht bis rüber von den Dance Classics über die Rock-Klassiker bis hin in die 90er. Ob jetzt zum Beispiel ein bisschen Black Music oder auch diese Kategorie mit Teenie-Bands. Die stelle ich euch später in meinem digitalen Archiv zum Beispiel nochmal vor. Und so ist meine Archivierung gemacht und sie hat alles in diesen Slim-Hüllen mit drin, klein kompakt und da habe ich mir immer die CDs mit reingebrannt. Ganz früh habe ich mir sogar nochmal die Arbeit gemacht und habe sogar noch Cover gedruckt für diese einzelnen Hüllen mit drauf und habe die immer noch mit drauf geklebt. Aber irgendwann war das wirklich zu viel Arbeit. Und es ist nicht nur bei diesem einen Koffer geblieben, nein, es geht rüber. Ich habe sogar wie gesagt zwei, drei oder vier Koffer davon und irgendwann habe ich sogar mal diese ganzen Cover farblich gemacht, weil an der Menge der CDs man einfach die Übersicht verloren hat. Und dieses Archiv ist, wie ich schon gesagt habe, eine digitale Kopie von dem Archiv, was auf meinem Laptop vorhanden ist und dahin möchte ich euch natürlich auch nochmal mitnehmen. Als ich dann irgendwann zum Auflegen auf meinen Laptop umstieg und wirklich nur noch mit MP3s auflegen sollte, da besaß ich ja schon ein gutes Archiv, aus dem ich vorher ja immer meine CDs gebrannt hatte. Weil das ist ja eine digitale Spiegelung meines CD-Koffers, auch wenn ich diesen Koffer heute gar nicht mehr brauche. Aber auch heute behalte ich dieses Sortiersystem bei, auch wenn ich ohne Probleme aus Platzgründen auf meiner Festplatte sogar Hunderttausende von verschiedenen Songs speichern könnte, lade ich mir nicht immer bei Neustermusik die kompletten Sampler oder Alben in mein Archiv mit rein, sondern wirklich davon nur die Hits, die wirklich für mich relevant sind. Alleine schon aus dem Grund, dass ich so nicht in Versuchung komme, einen Titel zu spielen, der im Endeffekt für die Feier komplett unrelevant ist oder vielleicht nur drittklassig ist, sondern nur noch Titel, von denen ich weiß, ey, das sind Top-Hits und die funktionieren auch auf Feiern und darauf wird auch abgetanzt. Mittlerweile ist man ja, oder bin ich als DJ schon jahrelang unterwegs. Dadurch lerne ich natürlich auch noch die definitiven Top-Hits besser kennen als als Anfänger. Und wenn du zum Beispiel Anfänger bist, dann hast du ja auch wirklich nicht die Erfahrung, um zu wissen, ey, was sind jetzt diese definitiven Top-Hits und was nicht. Dadurch ist so ein System Gold wert. Jetzt nehme ich euch mal mit auf meinen PC und zeige euch mal meine digitale Sortierung, meine einzelnen Ordner, wie ich das heute mache und wie das im Detail aussieht. Ja, hier seht ihr mein digitales Archiv direkt auf meinem Home-PC mit drauf. Eine Kopie davon habe ich immer auf einer separaten Festplatte mit dabei und nehme sie mit auf Gigs, sodass ich eine 1 zu 1 Spiegelung habe. Das halte ich beides immer aktuell und komplett synchron. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen oder die einzelnen Ordner einmal vorstellen, in die ich sortiert habe. Das fängt ganz klassisch an, zum Beispiel jetzt mit den aktuellen 2010er Chart-Bereichen. Und hier habe ich gerade für Hochzeiten und mobile Feiern verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die wichtigsten Balladen, die mit dazugehören. Genauso habe ich auch die Black Music dabei, die unterteilt in normalen Hip-Hop und auch in den smoothen R'n'B. Genauso habe ich so ein bisschen Deep House Music mit dabei, da ist auch Tropical House und so weiter mit drin. Natürlich ganz gefragt aktuell der EDM-Bereich und die ganz klassische House Music, die man ja zum Beispiel auch aus Clubs und aus dem Radio kennt. Genauso gehört immer mit dazu in jedes Dezent die bekanntesten Hits aus Pop-Music und Rock-Music. Und dann geht es schon zurück, quer durch die Jahrzehnte. Ich habe noch ein paar Songs aus den 30er und 40er Jahren mit dabei und ansonsten auch die wichtigsten Oldies. Direkt sortiert, die wichtigsten Oldies der 50er, die wichtigsten Oldies der 60er Jahre. Genauso gab es schon richtige Rock-Klassiker in den 60ern, die habe ich in einem separaten Ordner mit drin. Später dann in den 70er Jahren braucht man natürlich auch wieder die schönsten Balladen drauf, weil das ist von Hochzeiten sehr sehr häufig gefragt. Genauso wie die wichtigsten Dance-Klassiker, die habe ich in einem Ordner hier mit drin. Und auch in den 70ern gab es noch schöne Oldies, auch die finden hier in einem Ordner Platz. Genauso auch den Classic Rock der 70er, der hat einen eigenen Ordner gekriegt und eine eigene Kategorie. In den 80ern wurde das schon wieder ein wenig mehr. Auch hier findet ihr natürlich, oder finden sich die größten Balladen der 80er. Genauso auch die Dance-Klassiker, die Pop-Klassiker und natürlich auch die größten Classic Rock-Hits. Genau, neu dazugekommen ist in den 80ern der Synthi-Pop- und Wave-Bereich, weil der hat in den 80ern ein starkes Jahrzehnt erlebt gehabt. Hier finden sich solche Sachen drin, wie zum Beispiel Depeche Mode, die sind hier drin vorhanden. In den 90ern sah das dann schon wieder ein wenig anders aus. Hier gab es auch zwar die größten Balladen, hier hat aber schon der Hip-Hop-Bereich einen deutlichen Aufschwung genommen. Den habe ich unterteilt in die Hip-Hop-Klassiker und auch in den smoothen R'n'B-Bereich. Und ansonsten findet ihr auch hier die Dance-Music. Ganz neu dabei ist natürlich der große Euro-Dance-Bereich aus den 90ern mit Hathaway, Dr. Alwan und drum und dran. Der findet hier seine eigene Kategorie bei mir. Genauso auch der deutsche Hip-Hop, der hat einen eigenen Ordner gekriegt. Und auch die House-Music, die so ihren Aufschwung in den 90er Jahren nahm. Ansonsten findet ihr ganz klar schon wieder die Pop- und Rock-Music bei mir. Und auch in den 90ern die Techno-Klassiker. Die haben dort so ihr Dasein erlebt und sind damit durchgestartet. Dadurch wurde der Techno bekannt und Club bekannt. Und hier finden sich die wahren Klassiker bei mir drin. Ich habe einen eigenen Ordner in den 90ern, der nennt sich Teenie-Bands. Hier sind solche Sachen drin wie Caught in the Egg, die Backstreet Boys, Ys 17, die Spice Girls und Co. Das war ja damals sehr, sehr gefragt, wer war der größte Boy-Band oder welche Boy-Band war angesagt. Der eine stand auf Take Dad, die anderen mochten die Backstreet Boys. Deswegen hat das bei mir einen eigenen Ordner gekriegt. Anfang der 2000er wurde das alles schon wieder ein bisschen anders. Auch hier habe ich natürlich Balladen mit dabei. Habe aber einen großen Bereich im Hip-Hop-Bereich. Den habe ich zum Beispiel eine zusätzliche Nummer unterteilt in Raggaeton, R&B und den härteren Hip-Hop. Der nannte sich damals Dirty South. Da findet ihr die besten Scheiben oder finden sich die besten Scheiben in diesen Ordnern mit drin. Genauso wurde auch der deutsche Hip-Hop natürlich sehr, sehr bekannt. Und hat einen eigenen Ordner bei mir gefunden. Und auch ein sehr, sehr großer House-Music-Bereich, der wiederum in andere Unterordner unterteilt ist. Wie zum Beispiel, es gab damals die ganzen, ich sag mal Sunshine House, Deep House, ach keine Ahnung, Minimal ist auch noch mit drin. Der ist da nochmal in einzelnen Kategorien bei mir unterteilt. Ansonsten findet sich natürlich auch bei den 2000ern die Pop-and-Dance-Music wieder und natürlich auch die Rock-Musik, die er in einzelnen Ordnern gekriegt hat. Ganz großen Aufschwung hatte der Techno- und der Trance-Bereich, die auch wiederum bei mir eigene Ordner bekommen haben. Und ansonsten habe ich jetzt verschiedene Ordner mit verschiedenen Stilistiken, zum Beispiel etwas für einen besonderen Anlass. Wenn man zum Beispiel auf einem Geburtstag ein Happy Birthday spielen möchte oder für die Hochzeitstorte auf einer Hochzeit bestimmte Songs für den Einmarsch braucht, die befinden sich alle bei mir hier im besonderen Anlassordner drin. Und ich habe noch eigene Musikkategorien einsortiert, wie zum Beispiel aus dem Country-Bereich oder auch so Coyote Ugly Musik. Weil ich früher mal in einer Coyote Ugly Bar als DJ gearbeitet habe, habe ich noch viele Musik und die findet sich hier in einem eigenen Ordner wieder. Ein großer Bereich in meinem Archiv ist natürlich der deutsche Musikbereich. Und den habe ich nochmal unterteilt in zum Beispiel so eine Kategorie, die nennt sich Kinderstunde. Da ist so ein bisschen Kindermusik mit dabei, zum Mitmachen, zum Tanzen und so weiter, dass die auch die kleinsten Kinder ein bisschen mitsingen können. Zum Beispiel der Ententanz ist da auch mit drin. Und der deutsche Bereich hat auch zum Beispiel hier eine eigene Kategorie für die NDW, die neue Deutsche Welle. Genauso auch Pop, Rock und Dance. Den habe ich allerdings unterteilt in so klassischen Pop, Rock und Dance, wie zum Beispiel Grönemeyer und Westernhagen oder auch ein bisschen was Modernes. Da ist dann so Mark Forster drin, Silbermond und so weiter und so weiter. Auch im deutschen Bereich natürlich der ganz klassische Schlager, den ich schon mit drin habe und klassische deutsche Volkslieder. Auch die sind zum Beispiel auf älteren Geburtstagen, 50er, 60er, 70er ab und an mal sehr, sehr gefragt. Und die habe ich mit dabei und die haben hier ihren eigenen Ordner. So, auch der Disco Fox Bereich findet bei mir natürlich sein Dasein unterteilt in deutschen Disco Fox, in englischen Disco Fox und italienischen Disco Fox und auch hier mit den größten Hits. Dann habe ich so ein paar DJ Tools, da sind zum Beispiel Scratches, Shorties mit drin, die ich mir auch als Samples auf eigene Effekte mit draufgelegt habe. Ganz neu bei mir ist der Electro Swing Bereich, weil der ist gerade stark im Kommen und der füllt sich immer wieder mit neuen Songs. Hier sind so ein paar eigene Mixe mit drin, dann habe ich Musik speziell für den Feierabend, so die sich als letzte Songs auf Feiern eignen oder als Rauschmeißer sind. Die sind hier mit drin. Zudem habe ich noch einen eigenen Freestyle Ordner. Da sind die ganzen bekanntesten Freestyle Hits drin, der letzten 20, 30 Jahre, auf den greife ich gerne auf Feiern zurück. Hier sind noch ein paar Sampler drin aus dem Funky Mixen Bereich. Zudem habe ich eine einzelne Kategorie, wie zum Beispiel die unterteilt sind Fußball. In Halloween oder in Ordner, da befinden sich die größten Interpreten drin, wie Michael Jackson, Madonna oder ähnliche Sachen, die mehr als nur zwei, drei Top-Hits haben. Die habe ich dann mit ihren größten Best-of-Alben hier nochmal zusätzlich reinsortiert. Ich habe einen Ordner, der nennt sich Intros. Da sind ein paar Intros drin, die habe ich früher für Clubs gebraucht. Auf Hochzeiten braucht man sowas weniger. Aber auch da habe ich noch so ein altes Überbleibsel. Genau so ein paar Jingles, die man zum Beispiel für Spiele oder Einlagen auf Feiern sehr, sehr häufig benutzen kann, haben einen eigenen Ordner bei mir bekommen. So, es gibt landestypische Musik, die findet ihr bei mir hier für Frankreich, Italien, Türkei. Die habe ich da mit einsortiert, weil auch die haben ihre großen Interpreten, ob Italien jetzt mit Eros Ramazzotti, die Türkei, ich sage jetzt mal Mustafa Sandal zum Beispiel, befindet sich da drin, weil auch mittlerweile immer mehr internationale Gäste auf Feiern vorhanden sind und für die braucht man natürlich auch ein paar Songs mit dabei. Genauso groß ist bei mir der Latino- und Salza-Bereich. Da befinden sich natürlich nicht nur die bekanntesten Songs der letzten Jahrzehnte mit drin, sondern auch so Kategorien wie Bachata zum Beispiel, ein bisschen Raggaeton ist auch noch mit drin, was man auf Feiern halt so spielt. Wer ansonsten mich zum Beispiel bei Instagram verfolgt, der weiß, ich bin ein riesengroßer Lounge- und Chill-Out-Music-Fan. Deswegen gibt es hier auch einen eigenen Ordner, der sich Lounge- und Chill-Out nennt, aus dem bediene ich mich immer mal wieder gerne, wenn solche Musik gebraucht wird. Ich habe noch einen Ordner mit Nationalhymnen aus allen möglichen Ländern, den habe ich früher mal für Clubs gebraucht, heute liegt er nur noch auf meinem Archiv mit drin. Ich glaube, den habe ich die letzten zwei Jahre gar nicht mal mehr reingeguckt. So, ein großer Bereich nennt sich bei mir Non-Stop-Mixe, der ist wirklich randvoll gepackt. Da befindet sich meine komplette Hintergrundmusik oder Warm-Up-Music mit drin, die man zum Beispiel auch über stundenweise einfach nur in einem Mix durchlaufen lassen kann, zum Beispiel als Hintergrundmusik für ein Essen, um nicht wirklich anwesend zu sein. Ein eigenes Video über diese Non-Stop-Mixe und welche Songs oder Musikkategorien man da besonders verwenden kann, findet ihr demnächst als einzelnes Video direkt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten gibt es noch sowas für Party-Tänze oder auch die größte bekannteste Reggae-Music mit Bob Marley und Co. findet sich in einem eigenen Ordner. Ansonsten, ihr wisst, ich bin großer Film-Fan und Serien-Fan, deswegen habe ich auch die größten Soundtracks aus Filme und aus Serien hier mit reingepackt, weil auch die kann man immer wieder als Effekt oder als Einlage schön auf Feiern mit reinspielen und da habe ich auch einzelne Kategorien mit dazu. Für Spiele auf Hochzeiten, wie zum Beispiel die Reise nach Jerusalem, habe auch ich einen eigenen Ordner, weil auch hier habe ich mir eigene Playlists oder Hitlis zusammengepackt, die sich für solche Spiele zum Beispiel wunderbar eignen. Und der nächste große Bereich bei mir ist der Standard-Tanzbereich. Ihr seht schon, da ist ein bisschen mehr mit dabei. Da habe ich eigene Tanzstile, die für Familienfeiern öfter mal gefragt werden, an bekannten Songs zusammengestellt. Ob Bluesmusik, Cha-Cha-Cha, Jive, Mambo, Polka, Quickstep, Rumba, Swing, Tango und, und, und. Ein bisschen größer befindet sich dann bei mir der Walzer-Bereich, weil der ist unterteilt in langsamen und wiener Walzer und auch da nochmal in rein instrumentale Songs oder auch in moderne Pop-Songs, die auf diesen langsamen oder wiener Walzer basieren. Da habe ich zum Beispiel schon einen eigenen Blogbeitrag drüber geschrieben, in dem ich meinen Kunden oder anderen DJs die wichtigsten Hits aus diesen Kategorien vorstelle. Und der nächste große Bereich befindet sich hier unten. Der dreht sich rund um die Stimmungsmusik und der ist bei mir unterteilt in Alpenrock oder klassische Faschings- und Ballermannmusik, so die Klassiker, die man von früher noch kennt, genauso aber auch moderne Sachen, die heutzutage zum Beispiel aktuell sind, die finden sich dann in einem anderen Ordner zurecht oder hier drin. Stimmungsmusik wie Oktoberfest und Volksmusik gehört natürlich auch zu einem mobilen DJ mit dazu, weil wir sind breit aufgestellt und müssen auch diese Musikrichtung mit abdecken. Zudem habe ich noch einen Ordner, der nennt sich Strip-Music. Weil ich früher in einer Table Dance Bars DJ gearbeitet habe, habe ich hier die wichtigsten Strip-Music-Hits drin. Ich glaube, da sind weit über 250 Songs mit drin. Übrigens habe ich schon ein Video für euch erstellt, das findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, in dem ich euch die 10 wichtigsten Songs aus diesem Strip-Music-Ordner einmal vorstelle, die man für Hochzeiten verwenden kann, wenn zum Beispiel ein Strumpfband ausgezogen wird oder auch wenn auf Feiern mal als Tripper gebucht ist, der keine eigene Musik dabei hat, habe ich euch mal die 10 wichtigsten Songs zusammengestellt, die man unbedingt in seinem Archiv dabei haben sollte. Ansonsten sehr, sehr groß ist natürlich der Summer-Hit-Bereich bei mir, da sind auch viele 90er mit dabei. Solche Sachen zum Beispiel, so Klassiker wie Luna zum Beispiel oder auch modernere Sachen wie Nossa Nossa finden sich hier drin. Das sind so die Sommer-Hits und da kommen jedes Jahr, wenn es neue Sommer-Hits gibt, immer neue Musik in die Ordner mit rein. Und im letzten Bereich ist natürlich alles rund um Weihnachten, da sind die größten Weihnachts-Hits drin, ob jetzt, ich sag mal, der Klassiker von Wham! und Last Christmas oder Wonderful Days, der Coca-Cola-Song zum Beispiel, die wichtigsten Weihnachts-Songs habe ich hier mit drin, weil auch Weihnachtsfeiern gehören da natürlich zu einem DJ-Dasein mit dazu, auch die werden bespielt und auch für die braucht man eigene Musik. Ja, Freunde, das ist das System, wie ich meine Musik sortiere und das mittlerweile seit Jahren, gerade für Familienfeiern, Firmenfeiern, auf denen ich spiele, ist das ein sehr, sehr gutes System und ich kann immer auf die Top-Hits der einzelnen Kategorien und der einzelnen Jahrzehnte immer drauf zurückgreifen. Wie ihr gesehen habt, habe ich meine Ordnerstruktur oder meine MP3s in einzeln benannte Ordner reingelegt. Eine andere gute Möglichkeit ist das zum Beispiel auch, über die ID3-Tags zu machen. Da kannst du zum Beispiel auch den Song mit einer Musikkategorie hinterlegen und das dann in deiner DJ-Software, mit der du auflegst, auch einfach wieder abrufen. Das wäre noch eine modernere Möglichkeit von der Variante, wie ich das zum Beispiel mache. Wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, wenn du Club-DJ bist, sieht das Ganze vielleicht ganz, ganz anders da aus und du brauchst diese Art der Sortierung zum Beispiel, ist für dich gar nicht zu gebrauchen. Daher mal drei andere Möglichkeiten, die du als Club-DJ zum Beispiel benutzen kannst. Variante 1 Sortiere deine Musik nach Genre. Bist du zum Beispiel House-Music-DJ, kannst du deine Musik zum Beispiel in Deep House, Minimal House und, und, und unterteilen, so dass du die einzelnen Kategorien bei dir natürlich schnell findest. Variante 2 Du sortierst deine Musik zum Beispiel im Club nach Spielzeiten. Zum Beispiel im Vorprogramm über das Warm-Up. Da nimmst du eher die ruhigere Musik. Solche Sachen, wenn du zum Beispiel House-Music tätig bist, dann suchst du dir die Songs raus, die zwischen 120 und 125 BPMs ansortiert sind, weil die sind auch ein bisschen smoothiger, so zum Beispiel für das Vorprogramm besser geeignet. Die zweite Kategorie ist dann die Main-Time. Das ist da, wo es dann richtig abgeht, wenn der Club noch ein bisschen voller ist. Da nimmst du dann natürlich meistens die Musik, die erst ab 128 BPM zum Beispiel anfängt und natürlich auch ein bisschen härter ist, zum Beispiel auch im Elektro-Haus-Bereich oder im EDM-Bereich, wo es dann richtig abgeht. Der dritte Bereich ist dann schon wieder diese Downtime, wenn der Club sich so langsam leert und es Richtung Feierabend zugeht. In diese drei Kategorien könntest du zum Beispiel deine Musik auch sortieren. Und Variante Nummer 3 ist die ganz klassische. Viele DJs sortieren ihre Musik zum Beispiel nach BPM. Das heißt wirklich nach der Geschwindigkeit, um daran dann auszuwählen, jetzt brauche ich zum Beispiel Musik, die ein bisschen langsamer ist und ich nehme zum Beispiel nur Musik, die sich im 80er bis 100 BPM-Bereich verwendet und wenn man was braucht, was ein bisschen mehr Power hat, dann geht man halt in die höheren BPM-Zahlen rein und sucht sich die Tracks raus zwischen 120 und 135 BPM und könnte da zum Beispiel Gas geben. Je nachdem, in welchem Musikbereich du unterwegs bist, kannst du das auf deine Musikrichtung natürlich anpassen, weil auch Hip-Hop beschränkt sich eher, sage ich mal, zwischen 70 und 100 BPM. Die harten Sachen gehen dann schon ein bisschen höher oder ein bisschen smoother, bist du im Techno-Bereich tätig, lachst du natürlich über 70 BPM drüber, weil da bei dir werden dann höhere Geschwindigkeiten gefragt sein. Deswegen die Sortierung nach BPM auch eine gute Möglichkeit. Ja, zusammengefasst, Freunde, von so einem Sampler, egal ob ihr die Bravo-Hits, das Party-Powerpack oder so eine Feten-Hits-CD habt, ladet euch nicht das ganze Album in das, in euer Archiv mit rein, weil da sind zwar 24 Songs drauf, die jetzt gerade vielleicht noch aktuell sind, aber in zwei, drei Jahren braucht man davon wirklich nur noch zwei bis drei Hits und das sind dann auch wirklich nur die Top-Hits oder die, die in Erinnerung bleiben. Daher meine Empfehlung von so einem Album, ladet euch nur die Top-Hits in euer Archiv mit rein, so kommt ihr auch nicht in Versuchung, irgendwelche unrelevanten Hits zu spielen, die vielleicht sogar keiner mehr kennt. Ja, das war meine Variation, wie ich meine Musik sortiere. Vielleicht machst du das sogar ganz, ganz anders da. Wenn, dann teile es mir doch mit, weil ich würde gern wissen, wie du dich als DJ mit deiner Musiksortierung befasst und schreib das einfach unten in die Kommentare mit rein. Vielleicht möchtest du sogar auf meine Musiksortierung umsteigen und hast das bisher einfach ganz, ganz anders da gelöst. Auch dann würde ich gerne von dir wissen, wie war das bisher? Schreib es bitte unten in die Kommentare mit rein. Wenn dir der Tipp gefallen hat zu diesem Video, wie ich meine Musik sortiere und du möchtest mehr von diesen Videos sehen, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, so weiß ich, dass dich dieses Video interessiert hat und du zukünftig mehr Tipps von mir sehen willst. Und ansonsten, wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, abonniere doch meinen Kanal, den findest du direkt hier oben rechts, so wirst du über jedes neue Video informiert. Ich sage dir vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, der Mike.